Erreiche den Winterpalast ist dann also unsere nächste Hauptaufgabe hier in Sparks of Hope. So, einmal rum und dann geht's auch schon los, sehr gut und noch eine Münze, kommen wir, oh, oh, okay, wir sind aber auch immer noch auf der Suche nach den restlichen Pinguinen, bisher, aber ehrlich gesagt ohne Erfolg. Muss ich jetzt hier genau aufpassen, ne, wie ich jetzt, wie ich jetzt hier überhaupt weitermache, oh, grüne Münzen endlich mal, oh, 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 hier geht's irgendwie weiter, ach, hier kommen wir nur wieder nach oben, okay, was ist das? Was ist das denn? Oh, Stufe 17, hihihi, besieg den Schattengänger. Ne, ne, okay, lass uns erst mal mit dem Geheimlevel weitermachen. Den Schlüssel hatten wir ja Gott sei Dank in der letzten Folge schon einsammeln können. So, das Geheimgebiet und dann geht's ab zum Winterpalast. Gucken. Was ist hier so schönes gibt? Winterzeittür. Hey, den kennen wir doch schon. Der, die das. Keine Ahnung, wie er heißt, aber, äh, ist schon bekannt. Okay. Ähm. Geheimgebiet. Haben wir. Können wir. Machen wir alles. Okay. Mal gucken. Erreiche den, ach, erreiche den Winterpalast. Es ist, es bleibt einfach unser Ziel, aber, was machen wir hier? Wir bewegen eine Kiste. Ah, okay. Ich finde cool, also, es erinnert wirklich sehr an, äh, Treasure Tracker. Ja, das ist die Frage, wie wir, ähm, ach, geht nicht, oder was? Weil, warum geht's nicht? Oh, ich brauche jetzt sagen. Darf also nicht am Rand stehen. So. Okay. Kletter mal runter. Ah. Okay, 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 okay. Kiste verschieben wir dann wieder zurück und, ähm, wechseln dann. Dün, 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 dün. Steht nicht ganz mittig, geht's trotzdem? Ja. Geht trotzdem. Ich finde auch gut, dass man jetzt wirklich nur von einer Seite packen muss und man trotzdem sehr flexibel das Ganze bewegen kann. so. Wo muss das denn hin? Da oben hin. Okay. So, aber... will nicht. Warum nicht? Okay, Moment. Wir haben das runde Teil. Das runde Teil muss nach da oben. Womit wir aber halt nicht weiterkommen. So, okay. Wenn wir es doch jetzt hier... Ich wollte gerade sagen, wenn wir es jetzt von hier wieder anleuchten... ...wird das ja nichts nutzen. Bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Muss ich jetzt mit der Kiste dann nochmal arbeiten oder was? Aber... Moment. Ach, Quatsch. Klar. Wir müssen den Stein verschieben. Das jetzt da drauflegen. Dann wieder runter. Dann kommen wir doch dran, ne? Kleiner Denkfehler. Hier wird man irgendwie schon so ein bisschen zum Rabbit, wenn man das spielt. Ein bisschen dumm. Okay. Moment. So. Tag rein. Sehr schön. Okay. Ab. Ab geht's. In die Kanone. Und... Da haben wir ihn. Den Dracula Rasa. Zum Glück habt ihr mich gefunden. Geheimgebiet abgeschlossen. Okay. Ja, wenn sonst nichts ist. Das letzte Geheimgebiet fand ich cooler. Okay. So. Da ist ja wieder der Fuchs. Ja, also... ...diesem komischen schattenhaften Wesen da unten können wir halt noch nicht so wirklich viel anhaben. All right. Okay. Okay, dann. Oh. Gehen wir mal hier unten wieder entlang. So, ich habe eine mysteriöse Gestalt durch die Fenster des Winterpalasts gesehen. Ich wollte aber nicht näher ran. Oh, einen kleinen Schisser. Okay, hier haben wir den Shop. Aber auch hier bisher. Oh, was ist das denn? Was ist das? Wofür ist das? Wir haben hier einen Winter-Dings. Winterblock, kein Eisblock, keine Ahnung. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Ach, da oben. Wow, okay. Wo ist denn jetzt das... Okay, Moment. Also die ersten drei hatte ich gesehen. Die grünen Münzen. Aber danach... Ach, da hinten. Yo, okay. Wie schnell soll man das denn machen können? Hm. Tö, tö, tö. Gleich nochmal eben probieren. Ich kann das Iglou nur mit Eisblöcken fertigstellen, die eine perfekte Form haben. Hm. Hatten wir doch eben. So. Dann wollen wir ihm helfen. Wie viele braucht er denn? Habt ihr welche gesehen? Ja, natürlich hab ich welche gesehen. Aber... Man kann nicht interagieren. Schade drum. Schützt mich vor diesen Feuerknechten. Was wollen all diese Feuerknechte in der Gegend? Versauen ich etwa deren Urlaub? Könntet ihr wenigstens drei Feuerknechte aus dem Weg räumen? Einen für jeden Schreck, den sie mir eingejagt haben. Ja, auch das kriegen wir hin. Aber lasst uns erstmal halt hier gucken. Guckt hier wirklich jemand aus dem Fenster? Ich kann jetzt hier ehrlich gesagt nichts sehen. Nichts erkennen. Na dann. Nehmen wir uns mal ein paar Feuerknechte noch vor die Brust. Besiege einsame Wölfe. Na gut. Da ist nicht jetzt... Die wunderschöne Gesangseinlage. Ähm... Peach zuerst. Oh. Erstmal hier. Komm, wir können doch... ...nochmal die Raserei. Genau. Ich hab die, ähm... Habe ich euch das gesagt? Ihr habt die Fertigkeitspunkte einmal angepasst und verbessert habe die Skillbäume mal Das war ein völliger Müll Weiß ich nicht War ich da irgendwie vielleicht betrunken? Keine Ahnung, aber es war definitiv nicht so, wie es sein soll Gift Okay, Mario Was mit dir? Ich treffe von hier halt gar keinen Nein, gut Heldensicht wenigstens an Alles da, nächste Runde, die Gegner sind dran Juppa Sauber Okidoki Die Schlacht gewonnen Für wie viel zählt das denn jetzt? Ein Okay Einen einzigen Laufen wir noch mehrere rum? Oh, was ist das denn? Den können wir doch bestimmt noch irgendwo einsetzen Ich will Ja, ihr merkt schon Ich will noch nicht zum Winterpalast Ich will mich hier erstmal so ein bisschen umsehen Tatsächlich Erstmal Wo kommen wir denn da rein? Zu dieser schwebenden Insel Okay Okay, aber auch hier kann man Was? Jetzt hier auch noch weitere Kanonen Also klar Da ist jetzt auch noch ein Kampf Der auf uns wartet Nein Wenigstens sind wir hier richtig So Okay So kommen wir So kommen wir über die ganze Karte quasi Ich vermisse trotzdem noch ein paar Pinguine oder sowas Ja, dass wir dich natürlich jetzt nicht angreifen können Ist mir auch klar Gut, die ganzen Nebenaufgaben Haben wir ja noch Können wir uns ein bisschen Zeit mitlassen Stufe 13 Die Insel der Finsterzeit Ja, schaut gut aus Besiege sechs Gegner Sauber Machen wir Wo liegen die denn alle? Alle voll weit weg Die Sparks sind übrigens auch alle Auf Stufe 3 Und ihr seht Gerade an dieser Animation eben Dass ich schon ein bisschen was gemacht habe Okay, wir können nichts machen Weiter geht's Ich habe übrigens jetzt auch erst gecheckt Dass automatisch das Schnellere Dieses Brauchspulen aktiv ist Eikacke Bitte schieß nicht Ein Feuerknecht Ja, klar Ist schon in Ordnung Oh nein 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 Jetzt bin ich Mit dem Scharfschützen voll reingelaufen Okay Feuerangriff würde vielleicht gehen Wie viel verliert er noch Okay Wow Ein Gegner haben wir Schön Ich kann hier gerade über Mich überhaupt nicht Ich habe mich noch überhaupt nicht bewegt Falls es hier irgendjemanden interessiert Es ist nichts mehr aktiv Nein Ja Vielleicht mal etwas eingesteckt Irgendeinen Skillpunkt muss ich aber irgendwie nicht gut gesetzt haben Peach verliert sehr sehr viel Lebenspunkte Passt nicht Passt nicht Passt nicht Passt nicht Passt nicht Passt nicht Du musst dich definitiv mal eben heilen Ich treffe von hier niemanden. Das ist echt eine Schande. Treffe ich? Nein, auch nicht. Keine Chance. Die müssten, genau, hochkommen. Einen gegnerischen Teamsprung habe ich bis jetzt mal noch nicht gesehen. Okay. Okay. Wow. Nicht schlecht. Okay, dann. Sehr gut. Ja, na, sind leider nicht beide dran. Verreckt. Schade. Ich muss mich jetzt hier so ein bisschen in Acht nehmen. Luigi kann bis bis hierhin ohne Probleme. Probieren was. 214. Schön. Bleiben jetzt nur noch die zwei da hinten. Okay. Oh, wow. Wie viel denn noch? Okay. Oh, na. Oh, na. Oh, na. Jetzt reicht's. Wirklich. Wirklich. Mario kann. Ich kann hier nichts machen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist so ein bisschen mein Problem. Okay. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich hab ihn gefunden. Dann. Ja. 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 Hier. Noch ein Feuerknecht. Und dann noch ein weiterer. Und dann würde ich sagen nach der Nebenaufgabe dann eben in den Winterpalast. Besiege einsamer Wölfe. Zwei Stück. Okidoki. Ja. Geht doch. Machen wir glatt. Zweimal Raserei. Hey. Komm. Steh wieder auf. Ach ne. Oh, Mario hat's gar nicht. Mario hat das ja gar nicht. Da ist der Nächste. Hm. Süß. Achso. Ich kann sie nicht mit. Raserei nicht vorab treffen. Jo. Mit dem müsste ich aber zweimal Raserei haben. Oh ne, hab ich auch nicht. Tja. Ne. Muss ich nochmal reingucken. Tja, ne. Muss ich nochmal reingucken. Weil. Diese. Dinger. Aha. Ok. Noch zwei. Nur zwei Eisblöcke noch. Ok. Münzen was das Zeug hält. Und vielleicht. Vielleicht haben wir ja hier noch. Wenn's sonst nichts ist. Ich muss gleich das automatische Rennen wieder ausmachen. Ich hatte mir das extra umgelegt, aber es behindert mich doch mehr als es mir hilft. Ach da. Haben wir wieder einem Rabbit geholfen. Schön. Öffne die Truhe. Eine Planetenmünze. Aber wo haben wir noch einen? Also hier oben ist ja definitiv mal keiner mehr. Und auch hier spawnt keiner mehr. Winterpalast will ich mir für die nächste Folge komplett aufheben. Kein Feuerknecht mehr für uns hier. Nur dieses, dieses komische Ding da oben. Was haben wir hier? Dr. Splinic. Der Berggratt, äh, der, die Bergrattung ist da. Zumindest hoffe ich das. Ich werde euch nicht auffressen. Ich schwöre. Lügner, sei still. Es war zu lange auf sich allein gestellt. Ist ja ein bisschen schizophren, oder was? Der Wissenschaftler ist durch die Einsamkeit offenbar völlig irre geworden. Ja, ich glaube auch. Wir sollten versuchen, ihm zu helfen. Okay, und wie? Entschuldige, was ich sagen wollte. Das ist ein Saboteur in meinem Labor. Folgt meinem Assistenten, der wird es euch zeigen. Okay. Uh. Dann gehen wir mal rein. Hier lang. Oh. Ein Labor. Das schreit er schon nach einem Kampf eigentlich. Oder? Oh, nee. Uh. Okay. Wow. Alles in einem Iglu drin. Wahnsinn. Den wir mal hier. Den Bob-Omb noch. Krass. Alles in einem Berg mit drin. Was natürlich nur als Iglu getarnt ist. Persiege alle gegen... Oh. Das sind ja auch nur Bob-Ombs. Cool. So. Erstmal heilen wir hier alle, ne? So. Sind zehn. Jetzt habe ich mir fast meine Nase weggeknallt, ey. So. Tip, tip. jekt. Die rollkettenreaktion. Sehr gut. Kann ich hier nur noch einen treffen? Ja. Ist denn nur noch zwei? Wie kann das denn sein? hier müsste ich eigentlich dann runter kommen oder ja doch geht läuft ja das ging doch okay schlacht gewonnen 40 münzen aber was genau wird hier in diesem labor veranstaltet ok wieder ein paar boh-boms los geht's wie fangen wir das ganze an jetzt sind sogar auch feuerknechte dabei schön ok komme ich hier schon zu röhren ja wohl okay ach mist treffe ich nicht ein teamsprung moment okay noch drei klappt wir sollten vielleicht mal ab dem nächsten level beziehungsweise ab der nächsten welt die schwierigkeit etwas hoch stellen hier kann ich aber gerade nichts weitermachen oder ich habe ja auch kein gegner mehr oben oberhalb ist auch nichts mehr ich vermisse tatsächlich noch ein paar gegner mit was seid ihr denn hier empfindlich spritzer ok kann man mich eine runde rumgiften was glitzert denn da hinten das ist das eis ok 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 aber trotzdem hier muss es ja irgendwas besonderes geben was haben wir hier oh oh beseitige die finsterzeit pfütze ok pustekuchen das ist dann also die nächste aufgabe der wir uns stellen werden allerdings nicht mehr in dieser folge von sparks v sondern in der nächsten bin gespannt denn hier nach werden wir dann direkt zum winter palast weiterreisen